Mahlzeit herzlich willkommen bei einem Ride Review Videomagazin und einem neuen Battle of Rides. Intro ab! Das war's für heute. ja mal seid jetzt willkommen beim radio video magazin zurück das war das battle intro und damit wieder zu einer neuen folge battle of rights wo zwei achterbahnen gegeneinander antreten und eventuell habt ihr jetzt schon in den kleinen einspiele gesehen welche bahn es sind wir haben einmal dragonfly aus dem niederländischen dünenrell und diese bahn tritt an gegen die neuheit 2015 aus dem sächsischen belantis die cobra des amun ra und wenn sich der ein oder andere jetzt fragt warum treten diese beiden bahn gegeneinander an weil er entweder nicht weiß wo drin die beiden bahn sich unterscheiden oder wo die beiden bahn sich drin ähneln wir haben beides mal exakt das gleiche layout also kurzum gesagt was beide bahnen auf jeden fall gemeinsam haben ist beide sind von gerstlauer amusement rights beides sind family coaster 360 das standard 360 meter lange layout das ganze ding ist 15 meter hoch und beide haben einen zug mit zwölf wagen wo je zwei personen nebeneinander sitzen können und damit eine zug kapazität von 24 personen pro zug dann könnte man eventuell vergleichen der dragonfly im dünnrell steht seit 2012 und die cobra des amun ra seit 2015 und hat dadurch eventuell einen klitzeklein technischen vorteil oder vorsprung aber auch das möchte ich eigentlich nicht bewerten oder diese bewertung mit einfließen lassen weil sich da nicht allzu viel in den drei jahren getan hat aber kommen wir jetzt zur ersten kategorie ersten runde die beiden bahn müssen wir auch ein bisschen gegeneinander betteln so dass wir am ende eventuell einen sieger bekommen und das erste wäre für mich schon mal der zug wo beide bahn sich unterscheiden beide bahn haben einen zug der in blautönen gehalten ist dabei ist die cobra des amun ra als eine cobra hat ein cobra kopf und ein cobra schlangen schwanz ende ist aber farblich durchgehend in einem blauton und ein bisschen grün für den bauch der schlange und hat dann auch schwarze muster drauf für die schuppen der schlange dann auch einen flachen frontwagen was ich sehr cool finde was bei zum beispiel den zieler-family kursarten gar nicht so ist das sind ja immer diese brachialen riesen frontwagen dass kein mensch mehr irgendwas sehen kann ist cool aber dieses ding im zug als schlange und vor allem als cobra was ist echt so hart ausgelutscht inzwischen ich kann es echt nicht mehr sehen dagegen kommt dann dragonfly mit einem zug der anfängt mit schwarz blau und bis zum ganz hellblau durchfaden wir haben also einen schönen fließenden farbverlauf so dass der zug irgendwie stimmiger aussieht meiner meinung nach und der frontwagen ist noch flacher etwas länger gezogen hat dann das dragonfly logo und da drauf so eine sehr plastische fette große libelle und dieser farbverlauf und das etwas andere design und nicht schon wieder eine schlange machen für mich den sieger aus in dieser runde und damit 1 zu 0 für dragonfly im dünrell ja aber bevor es eigentlich in die züge geht oder bevor es überhaupt auf die achterbahn geht hat gott die gott hat gott die warteschlange gestellt und die nächste runde in dem sich beide bahnen battle werden ist die q line ja der wartebereich in dünrell klein dunkel sehr abgenutzt auch sehr kurz es hängen dann ein paar libellen bilder ein paar texte und dann geht es hoch über so kleine rampen direkt aber kommt von draußen rein da geht es direkt hoch und kommt in die station selbst das ist auch eigentlich nur ziemlich kahle bretter bude dagegen die cobra des amunrah wir haben einen schönen vorplatz dann einen riesengroßen sehr stylischen tempel eingang sage ich mal oder ja tempel ist blöd gesagt im ägyptischen themenbereich aber dann haben wir halt wie in einer pyramide drin verschlungene gänge höhlenmalereien bzw wandmalereien sound effekte mit dieser stimme die nach einem ruft lichteffekte wo sich die geister scheiden die mir persönlich nicht gefallen also man sollte die led park kann das habe ich auch in dem review schon gesagt nicht auf automatik stellen sondern vielleicht irgendwie programmieren per dmx oder sonstiges und und noch die ein oder andere schöne spielerei in dieser q line wie ich finde wie zum beispiel die cobra unter dem gitter oder die möglichkeit von oben in die station rein zu gucken und dann kommt man auch in die station die auch sehr pompös und bombastisch ist mit den fackeln an den wänden mit dieser schönen lichtstimmung und auch mit den rauchschwaden noch da drinnen hängen die es gibt mit dieser mit dem vertikalfogger bei der einfahrt des zuges in die station und ich glaube ich immer je nach besucher aufkommen und so unterschiedlich wahrscheinlich wird unterschiedlich gehandhabt ist aber in dem fall nicht mein problem ich kann nur das bewerten was ich vor ort live erlebt habe so ist es ja auch mit den parkchecks was ja viele manchmal nicht verstehen ich kann nur eine momentaufgabe wiedergeben und ja anstehen und nur eine runde fahren oder anstehen und zwei runden fahren und damit haben wir ein 2 zu 1 für die cobra des amonra in deutschland in sachsen bei leipzig in beland ist so und dann habe ich noch eine letzte kleine runde in der man beide bahn weil die sich ja so ähneln gegeneinander antreten lassen kann layout kann man nicht vergleichen ist exakt das gleiche fahrverhalten ist eigentlich auch das gleiche also ich habe da jetzt keinen unterschied festgestellt aber die thematisierung nicht der station sondern der strecke oder das erscheinungsbild der strecke kann man miteinander vergleichen und da haben wir in holland den wald um die bäume drum herum ein bisschen verschlungen mit der kicker acht bahn die absolute natur einfach dagegen kommt dann die cobra des amonra mit einem schotterplatz das ganze ist zwar im ägyptischen themenbereich aber die pyramide daneben gehört zur wasserbahn und die autobahn auf der anderen seite die man sehr gut sieht und auch hört gab es glaube ich auch nicht im alten ägypten und sonst ist das echt nur dieser kahle schotterplatz und das ist irgendwie so trist und trostlos und damit geht der punkt für mich auf jeden fall persönlich an dragonfly und damit haben wir ein 2 zu 2 ja und damit wäre dieses battle quasi auch schon zu ende und ich sage immer thematisierung ist wichtig theming ist wichtig das macht den unterschied und ähm das sieht man eigentlich bei diesem battle glaube ich sehr gut einfach mal verdeutlicht thematisierung ist wichtig und macht den unterschied aber muss komplett komplett sein es reicht nicht nur ein teil gut zu machen sondern es muss einfach alles stimmig sein und ein schönes gesamtbild ergeben und äh das schaffen beide bahnen nicht das muss man auch ganz ehrlich sagen subjektiv betrachtet finde ich irgendwie die cobra des amonra ist gestalterisch glaube ich sogar etwas besser gelungen objektiv betrachtet ist das jetzt hier nach diesen punkten und da hat äh keine gewonnen es ist ein unentschieden da sind wir auch wieder bei diesem ding dass ich auch sage dass man bei parkchecks keine punkte vergeben kann weil das funktioniert einfach nicht auf jeden fall ist das auch natürlich meine meinung weil ich die punkte vergebe ihr könnt gerne auch noch eure meinung in die kommentare schreiben und ich schreibe einmal dragonfly und einmal die cobra des amonra in die kommentare als kommentar und ihr könnt mit daumen hoch von mir aus auch mit daumen runter voten welche bahnen ihr besser findet und dann machen wir eventuell noch mal ein auswertungsvideo vielleicht wird es noch eindeutig entschieden für mich ist es ein unentschieden ihr habt eventuell jetzt in der hand einen sieger zu erkoren ich habe beide bahnen dieses jahr zum ersten mal gefahren beide parks zum ersten mal besucht deswegen auch jetzt irgendwie keine nähere bindung zu diesen attraktionen und kann das relativ objektiv bewerten das war es von mir ich bin raus ihr seid die coolsten bis zum nächsten mal euer bro für das Video Magazin Peace